Was kann ein Premium-Kraftstoff mehr dafür, dass er schließlich auch mehr kostet? Erklären kann mir das Rüdiger Heine, er ist Testingenieur im Shell Technology Zentrum in Hamburg. Hallo, was kann denn so ein Premium-Kraftstoff wie Shell V-Power mehr? Unsere Shell-Standard-Kraftstoffe sind dafür entwickelt worden, um den Motor möglichst effizient laufen zu lassen. Die Premium-Kraftstoffe on top bieten noch maximale Leistungsausbeute. Es werden ja ständig neue Motoren entwickelt. Heißt das deshalb auch ständig neue Kraftstoffe entwickelt werden müssen? Im Prinzip ja. Früher war es so, mein Vater hatte ein Auto 1,6 Liter, 75 PS. Damit konnte man gemütlich mal in den Urlaub zockeln. Heute ist das so, aus 1,6 Litern holen die Hersteller bis zu 200 PS raus. Der Fachmann spricht vom Downsizing. Das heißt, kleine Motoren, sehr hohe Leistung. Die Motoren müssen deutlich mehr arbeiten, deutlich heißer laufen, schneller laufen, ganz andere Randbedingungen. Dementsprechend brauchen Sie auch einen anderen Kraftstoff, einen besseren Kraftstoff. Was fahren Sie selbst für ein Auto? Ich habe einen kleinen, schnuckligen Mittelklassewagen und noch einen Oldtimer. Baujahr? Baujahr 74. Ach, dann sind Sie ja jünger als das Auto, Herr Heine. Ich bin gerade ein Jahr älter als das Auto. Okay, klappt daneben, aber der kriegt natürlich kein V-Power, oder? Selbstverständlich bekommt er auch V-Power. Das Auto von 1974? Ja. Ich habe festgestellt, er läuft deutlich besser damit, er läuft ruhiger und macht mir mehr Spaß. Das heißt, diese Kraftstoffe sind tatsächlich eine Wohltat für alle Motoren, nicht nur für die ganz Neuen. Die sind einsetzbar in allen Motoren und die meisten Motoren profitieren auch davon. Das haben wir auch in unseren Tests hier am Standort festgestellt. Dankeschön. Bitte gerne. Und jetzt mal ein bisschen Wind oder mal minus 40 Grad.